Ab so'n Scheißspiel, das hat nicht Frank, der Liga Qualität. Entschuldigung Frank, aber es muss sein. Oh mein Gott! Fuck! Ja! Bühä! Fuck! Fuck! Oh! Fuck! Ja! So'n Scheißspiel. Alter! Alter! Verdammt beschissenes Drecksspiel. Ihr merkt, wie die Liebe zu diesem Spiel wieder immer aufkeimt, ne? Das ist so, das ist so grausam, das Spiel. Das ist gerade gar kein, gar kein Maß mehr. Das ist so schlimm, das ist sowas von Legendary Hardcore. Das ist, oh Gott, Medusa-Köpfe, wow. Das Kranke ist ja, ich krieg gerade kein Essen oder so. Guck mal auf mein Live. Lass ihn sterben. Fucking Rabe. Oh Gott! Oh Gott, stirb einfach. Ja, hau bitte ab. Oh, geil. Oh, was ein geiler Boss. Oder weiß ich was. Na, wenigstens hab ich jetzt Oh, ja Mann, ey Ich hab so keinen Bock mehr auf das Spiel Das ist grad ne Qual Das einzige, was mir an dem Spiel gerade hält Ist die Musik Auch geil Das Spiel bringen wir halt nochmal Es war so klar Ich träume nach Von dem Spiel Oh, mein Oh, fuck Heilige Scheiße Heilige Maria, Mutter Gottes im Himmel Allesamt Fickt euch da oben im Himmel, ey Oh, mein Gott Oh, mein Gott So, ich lass mir das auf jeden Fall mal aus Prinzip abkacken So Hier kommt jetzt ein fucking Save-State hin Ich hab keinen Bock mehr, ey Dieses Spiel hat mein Hirn gnadenlos gefickt, ey Natürlich Fick dich, Spiel Oh, fick dich Gnadenlose Hardcore-Schlampen mit ner Peitsche Besorgen's dir Scheiß Spiel, ey Gottverdammtes Wieso muss so ein geiles Spiel so Hardcore schwer sein Kann mir das irgendwer fachen Oh Gott Also hier kommt wieder einer hin Auch gut Warum ist deine Burg im Hintergrund und um Medusa Ja, la, 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 Medusa Komm mal neu Das geht auch besser Eine Katze meinte ich Jetzt halt die Fresse im Fucking Skype Skype ist scheiße Warum steht da unten eine Mumie Natürlich, wir wecken die gleich zum Leben Was muss ich bei denen genau machen? Was passiert, wenn ich Continue mache? Ne, ne, danke Oh nein Continue gerne Aber ohne mich Oh fuck Ne, komm, ich muss hier ohne, ohne Leben zu verlieren rein Das geht sonst nicht Oh fuck Fick dich Oh fuck, ich heule gleich Ich bin hier echt kurz vorm Nervenzusammenbruch Frontale Fotze Boah, Alter Bei dem Spiel bekommen selbst Männer einen multiten Orgasmus Ey, das ist doch so krank Oh Gott Ist das denn kranke Fotze? Ist das scheiße? So, Safe State Ich hab kein Bock mehr Ich will nur noch dieses Spiel fertig kriegen So, wie benutze ich nochmal Okay, ich hab das Spiel jetzt so verstanden Ich muss hauen Sobald er sowas macht Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich brauch ne Pause von dem Game Ernsthaft Ich kann nicht mehr Mein Hirn ist es grad gefickt Oh Gott Ne, danke Ich mach kurz ne Pause, Leute Sorry